Heute ist endlich der Tag, an dem ich dich, Alessandra Saportas, zu meiner Frau nehmen werde. Als ich dich das erste Mal auf dem Spielehof der Joseph Beuys Gesamtschule sah, habe ich mich sofort in dich, kleines Hesen, verliebt. Ja, irgendwie habe ich schon gemerkt, dass er mich so voll komisch angeguckt hat. Und angefangen, dich immer zu beobachten. Ja, irgendwann stand er dann ständig irgendwie da, wo ich auch stand, auf dem Schulhof. Dein Herz zu erobern, war nicht einfach und ein langer Weg. Doch es war das Beste, das ich getan habe. Ja, er hat immer wieder mir geschrieben und gesagt, dass er mich liebt. Und ja, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass er mich so sehr liebt, dass, ja, dass mich kein anderer so lieben kann irgendwie. als ich den Tag nicht genau habe. Ja, dadurch haben wir keine Aktivität. Ich hab Amerika's geplant, weil er von Deutschland und ihm gearboxятно was nicht mehr gemacht hat. Ja, dort wird nichts gearbeitet. Machen wir uns da beobachten. Det plus hast du? Das ist nach komm cable. hört da nicht weit werden. impaired ist das Nacht? Wie geht's da? Ihre Idee Rio outside-Prábe近ia Applaus 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017